Yo, was geht ab Leute, Pau hier, puh, wundervoller Tag heute, schöner Sonntag, Mittag, Sonntag, Mittag, ich bin gerade auf dem Weg zur Isar, dort habe ich ja ein Engagement-Studium für ein eventuelles Hochzeits-, ja, für Hochzeitsfotografie in diesem Sommer, ich treffe mich jetzt mit den beiden und genau, ich wollte euch aber davor noch kurz ein paar Updates geben, sorry für die Audio by the way, ich habe immer noch kein Road Mic, 230 Euro sind immer noch zu viel Geld, wenn man sich gerade eine Mark 3 gekauft hat, deshalb, ja, hoffe ich, dass das stimmt, ähm, ja, also, es ist soweit, es wird ernst tatsächlich, ich habe euch vor einigen Monaten erzählt, dass ich, ähm, ja, meine Ausbildung in Marketing-Kommunikation mache und ich wäre kurz davor gewesen, das Ganze zu beenden, aber in Zukunft sehe ich mich halt eigentlich in der Fotografie, ganz klar, so, auch wenn es mir Spaß macht, merke ich immer mehr, das Büro, nee, also die ganze Zeit im Büro zu sitzen, ist dann auch nicht so das Wahre und nicht das, wofür ich der Typ bin, ich bin gerne unterwegs, gerne auch mal am Computer, wenn es sein muss, um die Bilder fertig zu machen und, oder irgendwas dann am Computer zu machen, aber in der Zukunft sehe ich mich eigentlich mehr in der Fotografie. Und jetzt habe ich es doch durchgezogen, ich habe es irgendwie bis zu diesem Punkt geschafft, ich kann es auch kaum glauben. Aber bevor ihr sagt, Pau, was bist du für ein Loser, du wirst deine Ausbildung abbrechen, ich möchte mich in Schutz nehmen, ich wollte sie nicht einfach so abbrechen, es ist wichtig, Dinge durchzuziehen und dafür stehe ich auch, aber zu dem Zeitpunkt war das so, dass sich da so viele Möglichkeiten ergeben haben, Aufträge sind immer mehr geworden und ich habe einfach nicht gewusst, wie soll ich das noch handeln, acht Stunden Ausbildung, zwölf Stunden am Tag fotografieren gefühlt. Es war echt richtig viel zu tun und deswegen dachte ich mir, hey, Fotografie, das ist meine Zukunft, Videografie, das ist meine Zukunft, deswegen lasse ich es vielleicht mit der Ausbildung bleiben, aber ich habe so viele Leute, die mich gepusht haben, die mich dann durch die Zeit gehauen haben und gesagt, Pau, mach das, zieh das einfach durch und meine Ausbildungsstelle ist so nice, das macht mir so viel Spaß, deswegen hatte ich dann die Kraft, das doch zu machen und nicht abzubrechen. Und jetzt auf jeden Fall ist diese Abschlussprüfung Ende April ist es soweit, also die schriftliche Prüfung, die mündliche ist dann im Juli, Anfang Juli und dann ist alles komplett vorbei, aber jetzt wird es erstmal ernst mit dem Lernen und genau deswegen wollte ich euch das einfach nur sagen, in nächster Zeit, ich weiß nicht, wie der nächste Monat sein wird, ich möchte natürlich weiterhin jede Woche mindestens ein Video machen, aber es kann sein, dass ich etwas abwesend sein werde. Ihr wisst, wenn ihr mir Kommentare schreibt, antworte ich eigentlich in der Regel sofort oder mindestens in einem Tag, aber vielleicht ist das nicht möglich. Und da ihr mir wichtig seid, ja, möchte ich nur, dass ihr das wisst, warum das so abgeht und ja, es ist noch einiges anderes geplant, richtig, richtig coole Sachen. Ich kann es nicht abwarten, bis die Ausbildung vorbei ist und ich einfach mehr Zeit habe, hier auch auf YouTube mit euch richtig coole Sachen zu machen, richtig coole Reisen, unterwegs zu sein und ja, so, jetzt habe ich aber noch einen Moment und ich habe meine Mavic dabei, deswegen gönnen wir uns jetzt mal einen kurzen Flug über die Isar, weil ich noch ein bisschen Zeit habe, bis ich mich mit meinem Paar treffe und genau. Also, das war's. Okay, das war ein guter Spaß, hat Spaß gemacht, ich weiß, ich muss noch ein bisschen an meinen Drohnen-Skills arbeiten, ich bin noch nicht so oft geflogen, weil jetzt Winter war, aber das kriegen wir noch hin, bevor ich jetzt losziehe und in meine Lernpause mehr oder weniger, boah, ich wäre gerade fast runtergefallen, genau, möchte ich noch kurz was sagen, wenn ich wieder da bin, im Mai, also komplett, mit mehr Zeit, werden wir hier einiges Neues machen, klar, ihr kennt mich von meinen ganzen Tutorials, von der Fotografie-Videografie-Geschichte, aber das ist ein Teil von mir, eine große Leidenschaft von mir ist auch, Menschen zu motivieren, einfach mitzureißen, mit der Energie, deswegen mache ich diese Tutorials, möchte, dass ihr euch die Videos anschaut und da noch Bock habt, Fotos zu machen, Videos zu machen, was auch immer, einfach Bock habt, euer Ding durchzuziehen und das werde ich dann ein bisschen mehr hier in den Channel mit reinbringen, einfach ein bisschen inspirierenderer Content auch und ich hoffe, das taugt euch, aber wir quatschen da nochmal drüber, jetzt muss ich erstmal los, die Fotos machen, wird cool, ich freue mich und genau, auf jeden Fall, drückt mir die Daumen für die Prüfung, ich hoffe, ich überstehe das gut und wir sehen uns im nächsten Video, nicht vergessen, stay awesome und bis dann, macht's gut. Oh, meine Hand ist so schwer, deswegen wackelt die Kamera so. Oh, meine Hand ist so schwer, ich nehme ein Choke.